25, da hab ich 40 und da hab ich 264. Okay, und für den Rest kann ich mir mal den anderen Anzug... Weil es kommt auf jeden Fall mindestens noch ein Anzug. Da bin ich mir sicher, dass da noch ein Anzug kommt. Und den werd ich mir gleich holen können dann, wenn ich dann... Bestimmt kostet 100.000 oder so. Das wär sogar... Würde ich sogar auf in Kauf nehmen. Weil ich, glaub ich, danach wahrscheinlich Hardcore-Modus durchspielen werde. Ja, ich werd den Hardcore-Modus spielen. Und vielleicht unter 6 Stunden 13 Minuten Vielleicht auch über 6 Stunden 13 Minuten. Es ist mir völlig egal, wie lang ich brauch. Ich glaub, das erste Mal... Will ich heute zum Spiel genießen. Und nicht einfach durchrennen. Das ist... Das find ich... Das find ich dämlich. Das gefällt mir nicht. Bei so nem Spiel, da muss ich... Das muss ich genießen und so ein Dreck. Also da kann ich nicht einfach durchrennen, wie... Weiß ich nicht. Wie irgendwer, der einfach so durchrennt. Nein! Ja, wo ist es denn? Ich weiß, dass jetzt da rechts neben mir auch eins ist. Genau, die meinte ich. Nein, geh weg. Ach, scheiße. Na, wo ist es denn jetzt? Wo ist es, Nächste? Es war grad noch so sicher, wie sie da war. Und kaum geh ich da hin, da hält mit den ganzen vielen Waffen... ...muss ich mich wieder verteidigen. Oh, Knogeknoten. Ich hab da mal einen Flammenwerfer. Warum sterben die Viecher bei einem Flammenwerfer? Weil ich dachte ja eigentlich... ...dass die bloß sterben können, wenn ihre... ...ähm... ...Gliedmaßen abgetrennt werden. Aber anscheinend... ...es ist doch anders. Scheiße, kein Wegpunkt. Was zum Hänker? Geil. Verdammt. Scheiße, kein Wegpunkt. Hm. Fuck. Fuck. Ja, Pech. Na gut, der gefällt mir eigentlich jetzt auch nicht. Warum... ...es ist doch nicht so schwer, eine andere Waffe zu finden. Warum fällt mir das so schwer? Oh mein Gott, äh. Scheiß, Vieh, wo ist es? Noch irgendwas? Nein. Na ja, Kredit da. Mhm. Dann hecke ich mich ja mal rein. Hecke ich mich hier doch mal ein. Äh. Jo. Jo. Schon ein bisschen. Und das letzte bisschen. Der Marker ist hier noch nicht hinter. Glaube ich nicht. Das wird so einfach. Die Tür geht wieder zu, wenn ich durchgehe. Das... Na gut, muss ich jetzt nicht näher beschreiben, glaube ich. Wieder. Ja. Mhm. Hm, was ist das für ein Magazin? Doch nicht die Bank, das Magazin. Ich habe eine Bank, cool. Jetzt kann ich mich überall hinsetzen. Ich bin immer. Wow. Feuer, Herr, flett, Feuer! Äh. Ich kann meine Waffen nicht fallen lassen. Die sind an meiner Hand ange... knetet oder so, oder ange... heftet anscheinend. Jetzt komme ich hinter sie und dann bashe ich so alle zusammen, hey, die ganzen blöden Idioten. Äh. Das mache ich ganz unauffällig. Und ganz leise. Das hört man auch nicht, wenn ich durch den Lüftungsschach krieche. Nein, das fällt nicht auf. Muss ich auch jetzt auch noch... die Guten erschießen? Nein, er ist tot. Er ist nicht frei. Ich könnte es ja mal mitnehmen... für Ernstfälle, die nicht eintreten werden, bestimmt. Aber für Ernstfälle mache ich es mal mit. Hey, Speicherstund. Äh, Stand. Speicherstund. Warum greifen mich die Spasten an? Ich weiß nicht mal, wer mich da angreift. Ich weiß gern, wer mich angreift. Auch wenn das mir nichts bringt. Ich würde aber halt gern wissen, wer das da unten ist und warum sie mich bitte angreifen wollen. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht, ey. Wow, Lampe fliegt. Schade. Geil. Achso, muss ich ja... Telekinese runter. Mit Kine... Mit meine chinesischen Fähigkeiten. Habe ich noch ein kleines? Ja, ich habe ich noch. Aber ich müsste mal ein bisschen mehr Medi-Pics kaufen. Yeah. Oh. Oh Gott. Ist das geil. Geil. Das geht nicht mehr rein. Ich hätte halt wieder gern... Da war eins dabei. Das war riesig. Und hat einen ganz anderen Kopf gehabt. Der bestimmt ist, das ist ein cooler Gegner. Cool, jetzt habe ich da mal einen Gegner. Wo kamen denn die ganzen Gegner her? Warum habe ich die nicht getroffen gerade? Ich habe immer noch keinen Wegpunkt. Super. Oh, ist das geil. Ah, ich muss mich beeilen, glaube ich. Das war eine sehr schlaue Idee. Ja, das war schlau. Deppin. Das haben sie jetzt davon, dass sie mich angeschossen haben. Ich war noch ein guter. Aber jetzt bin ich böse. Isaac, wo willst du hin? Keine Ahnung. Und darum bin ich hier, Isaac. Und die Gegner zu sein. Nein. Cool, danke. Ich finde, die Flammenwerfer unglaublich mäßig. Ich kaufe mir jetzt keine schwule andere Waffe mehr. Ich behalte einfach die drei. Und ich habe bis jetzt viele Waffen ausprobiert. Und keine einzige gefunden, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf modal cool ist. Oh, okay. War das einfach. Wo denn? Hey, wo ist mein Begleiter? Ja, wo ist mein Begleiter hin? Mein Begleiter ist weg. Ach, da ist er. Ich stand auf ihm drauf. Ich stand auf meinem Begleiter drauf. War doch nicht so schlimm. Nicht anhauen. Hey. Ich will bloß sehen, wo es ist. Ja, wo ist es denn bitte? Na also, geht doch. Da ist es. Den Flammenwerfer nehme ich jetzt daher. Weil cool. Weil Spasten. Mein Sicherheitspersonal folgt mir auf. Schritt und Tritt. Speichern ist es schön. Wir ändern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende. Ich merke, ich merke schon richtig die Spannung aufkommen. Wo ist es denn? Ich probiere jetzt echt den Flammenmeer für eine Chance zu geben. Er macht es mir nicht leicht. Nee, hat er nicht bestanden. Ich will einen Shop zu fix. Oh, was ist das? Pflanze. Pflanze. Äh, da liegt auch noch nichts rum. Ah, ja. Ich hab jetzt echt bloß noch... Zwei! Oh mein Gott, ich brauch mehr. Hä? Hä? Shop, 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 bitte. Ein Shop. Es ist immer noch kein Shop. Nein, kein Shop. Ich hab ich einen Knoten. Ich hab sechs Knoten. Ey, sechs Knoten. Sechs Knoten ist aber ein sehr schnelles Schiff hier. Sechs Knoten ist normal. Ich glaub, sechs Knoten ist normalerweise normal auf einem Boot oder so. So zwölf Knoten ist so schneller. Und dann geh ich jetzt mal da rein. Weil ich hab ne Menge zum... Dingen. Was gibt's hier? Tausend... Naja, gut. Naja, Halbleiter, Bronze. Naja, das ist schon schön, nur. Was ist da drin? Ah, toll. Also das war jetzt wieder Fail. Konnte ich ja nicht wissen, dass das hier ein Fail wird. Haha, ich wusste, dass da ein Viech kommt. Also ich dachte es mir. Dass das kommt, dachte ich mir nicht. Aber dass halt irgendeins kommt. Äh, wenn ich jetzt die Knoten wegmache. Aber welche Waffe? Ja, dann mach ich den Reaper voll, oder? Oder das Impulsgewirr. Ne, den Ripper, den benutze ich öfters. Das tue ich zwar nicht, aber... Pff, ich sie wünscht. Eins, zwei, drei... Okay. Das war ich nicht, Entschuldigung. Ich könnte aber auch... Ne, da konnte ich gar nicht lang. Schade. Habe ich doch noch... Ja, 94 hier gekommen. Das reicht noch. Und dann werde ich dir das nächste Mal beim Shop nen Flammenwerfer verkaufen. Hoppala, Entschuldigung. Flammenwerfer verkaufen. Ach nein, nicht die blöden Viecher. Ja, da sind wir so... Vielen Dank.